happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red.com ich spiele heute mal wieder mecharena und was spiele ich denn warte mal eine minute ach so ich spiele ich denke mal schnelles match war irgendwie so viel spaß ok die erste runde beim schnellmatch ach habe ich sie noch gekriegt ich hoffe es jawoll ja! erste kill von mir ein assistent und jawoll und wieder ein kill wohnen We're losing the lead. We have taken the lead. We're losing the lead. Whoa, great hit! We're losing the lead. Uh, there's one. I have to go quickly, quickly. Okay, let's go. I'll do that again. What the heck? We're losing the lead. Und, und, und? Schau ich das? Uh, was ist denn? Es gibt nur noch einen. Okay. Dann ist das Spiel sowieso gleich vorbei. Nicht auf mich. Wow. Ich bin im VP Nr. 1. Gut, mit dem brauche ich nochmal 2. Zweimal im VP. Okay. Supi, supi. Ich bin stolz auf mich. Da, noch zweimal. Schauen wir mal. Ich war der beste Spieler. Okay, dann bis gleich. Die zweite Runde geht los. Und ich fange wieder mit meinem Helfermech an. Ganz links. Ich hoffe, dass ich die Quest noch fertig kriege. Die läuft, äh, zwei Stunden, paar Minuten aus, war das? We have taken the lead. We have taken the lead. We're losing the lead. We're losing the lead. Das sieht aber schlecht aus. Das sieht aber schlecht aus. Jawohl, zweiter Kill. We have taken the lead. Wir haben ihn. Wir hatten eine große Unterweibungen. Wir hatten die Runde. Wir haben ihn. Wir hatten eine große Unterweibung. Wir haben sie auch Angst. Wir haben sie auch Angst. Das ist eine große Unterweibungen. Okay. You have two minutes remaining. Phew! Ah, missed. Nicey, nicey. So. Sieg! Bin ich bitte dabei? Nein, ich bin nicht dabei! Nur weil ich keinen Dingenspunkt hatte. Ah, da war einer mit drei Käse. Ich habe doch mehr gemacht. Guck mal, ich habe fünf Käse gemacht. Warum war ich nicht dabei? Ne, Schweinerei. Naja, egal. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Die dritte Runde geht los. Ich immer noch mit meinem Helfer mich. Und noch zwei mal den MVP. Ich denke, das ist meistens, wenn ich keinen Punkt kriege, schaffe ich das nicht. So. Einmal da getroffen. Ein Kill. Nein! Okay. Zweiter Kill. Okay. Okay. Jawohl. Doppelkill? Versöbild? cuz älte Entschuldigung? Okay. Okay, 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 okay. Ah, nicht getroffen. Dann auf den. We have taken the lead. Ah, Mist. Und, lass, hau ihn um, hau ihn um, mein Turm, hau ihn um. Ja, hat er geschafft. Zubi. Das sieht wie, das sieht wieder nach einem Sieg aus. Aber, ich hoffe, ich werde auch MVP. Mist. Da hinten ist einer. Und. Da hinten zu schießen, das war doof. Was wieso? Ja, MVP. Sieben Kills. Juhu. Mensch, war das gut. Und dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Wir schauen uns mal. Ja, das Ergebnis haben. Übrigens, gerade war ich auf dem fünften Platz gewesen. Von meiner Gruppe. Ich hatte ja schon vorher ausgemacht. Weil ich gesehen habe, ich war nicht MVP da. Nein. Und jetzt auf den ersten. Schäden. Das ist Schäden. Gut, dann würde ich mal sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video neu seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. .